Cold-ass fucking Germany, man. Schönes Kapütchen auf hier, Digga. Brutal heißen Tee am Start. Ed Da Vinci fragt mich, ob ich schon abgefuckt bin von Germany. Die Leute, die das immer kommentieren und einem versuchen, das einzureden, dass man so oder so leben muss, Digga. Aber am Ende des Tages ist jeder Mensch frei und jeder Mensch sollte das zu dem Zeitpunkt machen, was er gerade fühlt, Bruder. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Oh shit, man. Back to business, motherfuckers. Gib mir ne Sekunde, ich bin gleich da. Oh shit, oh shit, oh shit. What's up, boys and girls. How you feel today? Ich bin wieder da. Cold-ass fucking Germany, man. Schönes Kapütchen auf hier, Digga. Schön brutal heißen Tee am Start. Eieieieiei, Digga. Hier. Mexiko ist auch immer noch am Start. Skrrr. Welcome back to another Livestream here, man. Straight out of fucking Hanover. Germany. Also nochmal, für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Ihr braucht mich nicht zu fragen, warum ich wieder zurück bin, wann ich wieder weggehe und wie lange ich hier bleibe. Das steht alles in den Sternen, Digga. Und das werde ich so aus den Eiern raus entscheiden. Macht euch nicht immer so viel Gedanken über die Leben von anderen. Seid froh, dass ich da bin. Also die, die sich freuen, sollen sich freuen. Die, die sich nicht freuen, sollen sich nicht freuen, Digga. Aber ja, ich bin erstmal auf jeden Fall wieder back. Back to business. Am Start. Familie ist da. Richtig nice. Eine Heizung? Ne, ist schon mit Heizung, Bro. Aber du musst dir vorstellen, ich komme gerade aus dem Land mit um die 30 Grad. Brutale Luftfeuchtigkeit. Und ich kann da die Heizung so krass aufdrehen, wie ich will. Am Ende des Tages friere ich mir trotzdem noch den Arsch ab, Bro. Ich schütze dir, Digga. Auch in der Nacht. Meine Knochen frieren einfach so. Weißt du, wie ich meine? Ed Da Vinci fragt mich, ob ich schon abgefuckt bin von Germany. Bruder, eigentlich nicht, Digga. Eigentlich nicht. Also, Bruder, also mittlerweile, wo ich jetzt auch so lange hier aus Deutschland weg war, fühlt es sich einfach erstmal gut an, wieder in der Heimat zu sein, mit der Familie zu sein, ein bisschen Zeit zu verbringen, wieder auf meiner eigenen Sprache zu quatschen, so. Ist einfach ein gutes Gefühl, weißt du. Ich fuck mich jetzt oder hänge mich nicht an die Sachen ran, die jetzt vielleicht so negativ mir aufgefallen sind, wo ich wieder hierher gekommen bin, sondern eher an die Sachen, die mir positiv aufgefallen sind, so. Weißt du. Ihr kennt mich ja mittlerweile auch. Ich bin eher so ein Typ, der das Glas immer halb voll sieht. Versucht einfach immer das Gute zu sehen. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Vorteile, die Deutschland hat. Und es gibt auch ein paar Sachen, die ich so vermisst habe. Und darauf konzentriere ich mich jetzt gerade so. Ich bin einfach froh, auch wieder in einem Land zu sein, wo man seine eigene Sprache sprechen kann. Ich war vorhin im Apple Store, hab mein MacBook abgegeben und mit dem Dude da ein richtig cooles Gespräch gehabt, so. Und es ist halt einfach geil, wieder mit Leuten zu reden und dass alles funktioniert und so. Und weiß ich nicht, Digga. Die Jungs im Apple Store waren auch richtig cool zu mir. Der eine hat mich auch erkannt. Und so ist es halt anders, wenn du dann mit den Leuten auch noch mal ein bisschen dich austauschen kannst. In Mexiko war es halt so, ich bin mit Englisch da schon gut über die Runden gekommen. Aber so, weiß ich nicht, kleinen Smalltalk mit dem Apple-Mitarbeiter geht halt nicht, weil da geht der in Englisch, geht dann irgendwo an eine Grenze. Und mein Spanisch auch. Deswegen, man fühlt sich nicht so richtig dazugehörig so. Weißt du. Und auch wenn Deutschland ein paar Abwracks mit sich bringt, ist es immer noch das Land, in dem ich geboren bin. Und ich bin halbdeutsch, also meine Mom ist deutsch. Deswegen feiert man das auch mal wieder in der Hood zu sein, weißt du. Mit Leuten, die deine Sprache verstehen. Ist halt trotzdem eine ganz krass andere Lebensrealität wieder hier. Man merkt natürlich sofort, dass man in Deutschland ist, ne. Nähr würde ich da jetzt nicht drauf eingehen an der Stelle, wenn das okay ist. Scheiße. Der Viktor sagt, ja Diggi, aber wirkt wieder so eine Hals-über-Kopf-Aktion. Und was ist daran das Problem so? Weißt du, wie ich meine? Was ist daran das Problem? Ich bin halt ein Mensch, da müsstet ihr euch mittlerweile auch langsam dran gewöhnt haben. Ich bin ein relativ open-mindeder, freidenkender, freilebender Typ auch, den es von einem in den anderen Augenblick einfach fucking woanders wieder hinziehen kann. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, so. Die Leute, die das immer kommentieren und einem versuchen das einzureden, dass man so oder so leben muss, Diggi, die machen das dann so, weißt du. Aber am Ende des Tages ist jeder Mensch frei und jeder Mensch sollte das zu dem Zeitpunkt machen, was er gerade fühlt, Bruder. Wir müssen uns nicht immer in so scheiß Zwänge rein. Oh, wenn ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt auswandern, dann muss ich jetzt für immer da bleiben, auch wenn ich jetzt wieder Bock habe, wieder zurückzugehen. Der ist das nicht, Digga, weißt du. Am Ende des Tages kannst du für dein eigenes Leben entscheiden und immer das machen, was du gerade fühlst, was du gerne machen willst, so. Und so lebe ich halt, weißt du. Das ist halt leider nicht mehr so richtig in den Köpfen von den Menschen drin, dass die eigentlich auch frei sind und zu jeder Zeit das machen können, was sie machen wollen, so. Weißt du, wie ich meine? Leute fühlen sich halt gezwungen, gewisse Dinge zu tun, weil man es halt auch immer eingetrischt hat, kriegt so. Aber es ist halt eigentlich nicht so. Es ist nicht so. Du kannst immer das machen, worauf du gerade Bock hast. Du bist der einzige Typ, der für sich selber entscheiden kann, darf, wann er, wo, wieso, wie lang, weshalb bleibt oder nicht bleibt. Wie sieht das aus mit 2G-Regeln? Was sagst du dazu, Leon? Könnt du kotzen hier so? Bro, scheiß drauf, Digga. Ich will da gar nicht reingehen in das Thema, so. Scheiß drauf, Bruder. Jeder muss da auch für sich selber gucken, was er da macht und was er da nicht macht, so. Ja, Mann. Ich mache mir da für mich selber Gedanken drüber und bespreche das so mit mir, mit meiner Familie, mit meinen Jungs, mit meinen Freunden, Leuten und so. Und am Ende des Tages treffen wir dann die Entscheidung, was wir machen, was wir nicht machen. Muss man auch nicht immer so krass in die Öffentlichkeit tragen, so. Ist so. Wenn ich irgendwann wieder so, keine Ahnung, wenn ich das Bedürfnis habe, dazu was zu sagen oder wenn mir irgendwas auf dem Herz liegt, dann haue ich das auch raus. Ich scheiß drauf, so. Ich sage immer das, was ich fühle und was ich denke. Aber jetzt gerade konzentriere ich mich einfach auf andere Sachen, anstatt mich jetzt irgendwie auf die Politik hier abzufacken, so. Scheiß drauf. Scheiß drauf einfach. Das hat auch Kianisch gestern in seinem Statement gesagt. Und das ist mir halt auch bewusster denn je geworden. So, es gibt halt auch ein paar Vorteile, die man hier hat. Und da konzentriere ich mich jetzt gerade lieber erstmal auf die Sachen, die mir gerade wieder gut gefallen hier in Deutschland. Und lass mich da jetzt nicht abfacken oder runterziehen von irgendwelchen Regeln oder nicht, Bruder. Scheiß drauf. Scheiß drauf einfach. Fuck, Alter. Das bringt mich und mein Leben und mein Shit auch nicht weiter. Hab deine Videos in Mexiko überkörperfrei, Sonnenscheinend, Inman vermisst? Jetzt schon, Bruder. Ich bin erst seit zwei Tagen zurück und du hast schon vermisst, sagst du? So, der 74 Morpheus fragt noch gerade, warum ich keinen Stream mehr auf YouTube mache. Bro, ich sag so, Digga. Ich hab meinen Twitch-Account jetzt zurückbekommen und ich, ähm, ja, ich fand's auch damals immer geil auf Twitch zu streamen. Und als ich meinen Account zurückbekommen habe, hab ich gedacht, ich geh jetzt einfach mal live. Und es hat sich für mich gut angehört. Angefühlt so. Angehört, würde ich grad sagen. Hat sich für mich gut angefühlt. Und deswegen werde ich auch einfach erstmal hier weiter streamen, Digga. Und so. Ich find, zum Streamen ist es halt auch irgendwo die beste Plattform, ne? Hat man sich so ein bisschen selber dann auch ausgeredet, weil die mir meinen Account nicht zurückgeben wollten. Musste ich halt auch eine andere Lösung finden. Und YouTube streamen macht auch Spaß. Ist auch geil. Ist auch eine andere Community. Aber so, Twitch ist halt dafür da. Und ich hab auch den Stream danach immer gelöscht und so. Ich will's auch den Leuten möglich machen, wenn ich fertig gestreamt hab, da reinzugehen und sich den Stream auch nochmal reinzuziehen. So, ist so. Radikalasch sagt, deshalb feiert dich deine Community, weil du real bist und positive Energie verbreitest. Ich kiss dein Herz, Bruder. Thank you, man. Deswegen feiere ich euch auch, weil ihr auch real seid und auch positive Energie verbreitet. So. Die Kern-Community. Die, die Liebe für mich da haben, hab ich ja gestern auch gemerkt. Wo wir dann ein bisschen gequatscht haben mit ein, zwei Leuten aus der Community. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich Leute aus der Community treffe, Digga. Wir haben einfach eine richtig schöne, stabile, äh, mit Herz, vor allen Dingen mit Herz am Start seiende Community. Die es so in Deutschland auch nicht nochmal gibt, würde ich fast behaupten. Das hat auch der ganze Struggle so mit sich gebracht, glaube ich. Weißt, wie ich mein so. Also so viel Shit, wie ich schon durchgemacht hab in der Öffentlichkeit. Was alles passiert ist, hin und her, Digga. Ich glaube, da hat sich einfach dann ein Kern an Community gebildet, die den ganzen Scheiß von Anfang an auch irgendwo mitverfolgt haben, alles mitgekriegt haben und einfach jetzt mit Herz und Liebe am Start sind. Und man zieht halt auch das an, was man ist. Und deswegen, glaube ich, ziehe ich auch so eine geile Community an. Und deswegen, Shoutouts gehen raus an euch mal an der Stelle. Ich küsse euer Herz. Danke für euren Support. Twitch ist zum Streamen perfekt. Du kannst ja eventuell nach dem Stream deine Videos auf Twitch löschen und auf YouTube noch zusätzlich hochladen. Für diejenigen, die es Twitch verpasst haben, wäre es optimal, glaube ich. Bruder, ich werde die Videos trotzdem online lassen auf Twitch, sodass die Leute sich auf den ganzen Stream reinpressen können, so reinfetzen, reinsteven können, Digga. Und dann werde ich trotzdem noch Highlight-Ausschnitte auf dem zweiten Kanal hochladen. Habe ich jetzt heute auch schon getan vom gestrigen Stream. So wie wir es damals auch gemacht haben, so. Weißt du? Weil ich glaube, also damals bei YouTube, also was heißt damals, Digga? Letztens bei YouTube haben die Leute mir reingeschrieben, so von wegen, ich würde gerne den ganzen Stream mir nochmal reinziehen, so. Weißt du? Und das ist doch schön. So finde ich auch gut, wenn Leute einfach den ganzen Stream reinziehen wollen, sollen sie sich den ganzen Stream nochmal reinziehen. Die Leute, die so einfach Ausschnitte sehen wollen zu gewissen Themen, die sollen das dann sich reinziehen, so. Oh shit, man. Evando hat nochmal subscribed für den dritten Monat, Bruder. Bester Mann, Digga. Danke für den Support, Bro. Yes, sir. So bauen wir uns jetzt wieder hier auf Twitch eine coole Community auf, machen hier wieder ein paar geile Sachen und hauen dann die Highlights auf dem YouTube-Kanal raus und dann wird es jetzt auch bald, werde ich mich auch wieder ranmachen. Ich muss auch erstmal wieder ankommen. Ich bin jetzt den zweiten Tag da. Ist auch alles stressig, Digga. So das Gefühl, wieder hier zu sein. Und es gibt viele Sachen, die auf dem Schirm, also die auf der Liste stehen. Viele Menschen melden sich natürlich. Man telefoniert viel, macht schon die ersten Treffen, Meetings aus und so. Mit Leuten wiedersehen. Auf jeden Fall Steve G., Laura, Alex habe ich auch schon gequatscht und so. Muss auf jeden Fall jetzt auch die Leute wieder getroffen werden. MacBook muss ich reparieren, Versicherung ein, zwei Sachen klären. Hier liegen auch noch ein paar Briefe rum, die ich aufmachen muss und so. Deswegen werde ich mir die Tage jetzt auch mal ein, zwei Tage Auszeit gönnen, wo ich eventuell vielleicht auch sogar nicht streamen werde. Und dann werde ich mich auch wieder dran machen, so zu schauen, was YouTube-mäßig abgeht jetzt in nächster Zeit. Tommy G. sagt, Brudi, mach mal wieder Mario Kart, damit ich dich wieder abziehen kann. Bro. Bruder. Ich habe eine Zeit lang in Mexiko, habe ich richtig krass Mario Kart gespielt, so. Ein paar Wochen lang. Auch online, auch gegen Japaner und so. Und ich war echt gut, Bro. Also, weißt du, wie ich meine, Digga? Bleib cool, Alter. Tschüss dir, Digga. Ich bin gut, Mann. Ich bin gut. Ich bin besser geworden, Tommy. Auf jeden Fall. Tagchen, Meiloko. What's going on here, man? Stiller Mensch hat gerade hier reingeschrieben, Warum haben Schlagersänger wie Nena und Xavier mehr Rückgrat, als die Möchtegern Gangster-Rapper, die Angst haben, dass sie marketingtechnisch verlieren, wenn sie ihre ehrliche Meinung sagen? Soll mir keiner erzählen, dass die nicht alle berechnend agieren, obwohl sie in ihren Texten immer auf real machen? Bruder. Jeder soll sein Ding machen, so wie er es für richtig hält, weißt du? Ich bin so auch leid, mich darüber aufzuregen, was andere nicht machen und was andere machen, so. Weißt du? Ich konzentriere mich da mehr auf mich jetzt mittlerweile. Ich mache das, was ich für richtig halte, so. Und, äh, that's it, bro. That's it. Jeder soll seinen Weg da finden, weißt du? Jeder soll seinen Weg da finden. Ich, ja. Vielleicht, ja, es muss sich auch, in Deutschland auch erstmal so eine, so, muss sich das vielleicht auch alles noch ein bisschen entwickeln, so. Weißt du? Ich habe es in Amerika mitbekommen, in Mexiko auch, so, in diesen großen Kontinenten, also, was heißt Kontinenten? Ich rede jetzt auch sprachlich. Ich meine, der spanischsprachige Raum und der englischsprachige Raum, der ist so fucking riesig und so divers auch. Du hast einfach auch mit einer anderen Meinung, hast du halt immer auch eine gewisse stabile Community und da ist auch gefordert und Leute finden es geil, wenn Leute auch eine Meinung haben und ihr Ding so durchziehen, wie sie es für richtig halten und nicht alle mit dem Strom mitschwimmen. So, vielleicht muss ich das hier in Deutschland erstmal entwickeln, keine Ahnung, Digga. Also, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es hier nicht so, dass es hier eher so ist, dass alle irgendwie gleichgeschaltet sind und wenige Leute sich da ihr eigenes Bild machen, ihr eigenes Ding durchziehen, sich nicht an anderen orientieren, jetzt unabhängig von irgendwelchen Meinungen zu irgendwelchen politischen Sachen, auch so von der Musik einfach her, weißt du? So, gibt es wenige Leute, die einfach so ihr Ding machen, ohne drauf zu gucken, was jetzt funktioniert, welche Playlist gerade nice ist oder irgendwie sowas, sondern einfach so ihr Ding machen, weil die das Gefühl haben, das ist geil, so, weißt du? Hier wird immer sich schon krass so dran orientiert, was gerade funktioniert, was gerade läuft, was gerade so Mainstream ist, welche Meinung gerade nice ist oder nicht und so, weißt du? That's it, Bro, muss man sich ja dran gewöhnen.